Welcome back people! Heute gehts nach Las Vegas! Wir freuen uns schon! Es ist gerade halb sechs, um sechs Stunden zu Taxi. Ähm, ja. Man sieht genau gar nichts. Wir sind jetzt im Uber. Wir fahren jetzt in 30 Stunden zum Flughafen. Das kam zehn Minuten früher als geplant. Das hat uns wenig gestresst. Ich war schon ready. Ich nicht, ich war noch voll müde wie es. Wir sind jetzt am Flughafen. Cut! Also. Wir haben nur eine halbe Stunde für alles gebraucht und jetzt sitzen wir hier. Und in zwei Stunden ist Boarding. Fünf Stunden, 20 fliegen wir. Ja. Anja hat sich hier eine schöne Jause gemacht. Hier sind wir jetzt am Flieger. Und das schauen wir uns an. Was? Ant-Man and the Wasp. Fantomania. Warte für Angst, dass ich mich nicht fliegt. Wir freuen uns. Wir sind angekommen. Natürlich sind überall Spielautomaten. Liebt die Anja. Wir sind gerade 40 Grad hier. Wir gehen jetzt raus und schauen wie die Hitze ist. Jetzt gehen wir gleich in die Sonne, oder? Nein, es geht voll. Wir gehen mal in die Sonne. Mit dem Wind geht es. Ich sehe nichts. Also Gott sei Dank ist Winter, aber es ist so ekliger warmer Wind. Aber besser, weil in New York steht gerade die Hitze extrem und es ist so ekelhaft. Jetzt müssen wir ein Uber oder Licht buchen und zu unserem Hotel. Was passiert? Mit dem F***? Nein, oh mein Gott. Auch? Ja? Nein. Wir sind bei unserem Hotel angekommen. Es ist sehr ägyptisch angehaucht. Wir schlafen in einer Pyramide. Was heißt das Ding? Ja. Ja. Also... Das ist ein Hotel. Das ist ja... Das ist... Also wir konnten noch nicht ein... Es ist so geil! Wir konnten noch nicht einchecken. Wir müssen jetzt noch eineinhalb Stunden warten. Wir gehen dabei aber essen und erkunden hier alles. Hier gibt's... Alter! Das schaut so arg aus. Das ist die Pyramide. Crazy. Burger, Pommes sind angekommen. Wie schmeckt da? Ist gut? Also die Pommes sind... Normale Pommes. Ist ein ganz normaler Burger. Also... Ja. Hast du jetzt auch geklopft? Vollidiot. Hast du gedacht? Mein Kopf hat nicht funktioniert. Okay. Hier zu unserer Rechten haben wir ein schönes Badezimmer. Hallo. Klo. Dusche. Mit schöner Aussicht auf. Juhal! Janja! Nehmen wir hier so weiter. Und haben wir hier unser Bettchen. Was riesig ist. Das ist kein Tisch. Das ist für die Koffer. Und unsere Aussicht. Ui. Da ist noch ne Pyramide. Ist am Schöchel kaut. Ein bisschen überbelichtet. Anja, geh mal weg. Du bist voll in der Spiegelung. Je ters. Wir waren gerade zu fertig beim Essen und wollten einchecken. Und dann sehe ich durch meine Sonnenbrille... Dann sehe ich dann einen Celebrity. Einen deutschen. Knossi. Dass ich den gespottet habe. Er geht genau an mir vorbei. Und ich so... Und sie macht natürlich ein Video. Und mit was? Mit Blitz. Aber er hat uns trotzdem nicht gesehen. Also alles gut. Vielleicht... Zwiebelin ja wieder in unserem Hotel. Wer weiß. Sie hat übrigens geheiratet hier in Las Vegas. Ja. Was machen wir? Gehen wir zum Liquor Store? Wir gehen zum Liquor Store. Ey! Alter, es ist so windig, dass mein Rock immer hoch fliegt. Ah! Hier in die Rochdose. Trotzdem! Da in der Pyramide wohnen wir. Wie heißt denn der Dude? Ein Fahrerhof. Ein Fahrerhof? Ein Fahrerhof. Ein Fahrerhof. Aber welcher? Ein ägyptischer. Cool. Fragt euch nicht, warum ich meinen Vorschul nicht mehr aufhabe. Weil der ist mir gerade auf die Straße geflogen. Auf jeden Fall, wir sind gerade zu einem Walk-in-Beer-Klasse. Und so ist es gar nicht. Oh mein Gott! Meine Wange ist schon so arg rot aus der Kamera! Nein! Nein! Aber in Florida waren sie auch so rot. Und hatte ich einen Sonnenbrand? Nee. Ich habe mich dreimal eingeschmissen. Egal. Wir machen jetzt das Ready und dann gehen wir das Feuerwerk anschauen. Yay! So, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Es ist glaube ich viertel neun oder so. Das ist mein Outfit. Rot. Nee. Hier. Rote blaue Klappel. Schwarzes Kleid einfach. Ganz easy cheesy. Anja, zeig dein Outfit her. Schwarz. Beige. Schön. Das ist weiß, Bruder. Weiß, Bruder. Sorry eh. Ich möchte Achterbahn fahren. Die Achterbahn möchte ich mal fahren. Anja. Die fährst du mit mir, oder? Die fährst du mit mir morgen? Ich mach gerade ein Video. Ich bin Turi. Also BH muss jetzt auf irgendeine Brücke hingeschült, damit wir ein Feuerwerk sehen. Es wird was. Ich hoffe, it is worth it, bitch. It is what it is. Ich zeig euch mal. Ich zeig euch mal die Brücke hier. Also das ist die Brücke. Da ist die Anja. Da bin ich. Brücke, Brücke, Brücke. Hier. Und anscheinend irgendwo hier kommt dann das Feuerwerk. Es ist auch ein Stück. Und es wird es auch noch ein Stück. Ich bin auf dereraum. Jetzt bin ich aufgestrahlt und... Ah sie haben auch ein Stück. Ich bin auf der mich aufgeschüttet. Also Anja spielt jetzt Blackjack. Schau mal auf es was wird. Sie hat gerade fünf Dollar eingezahlt. Ähm ja. Sie sehen? Sie sehen, ich werde gewinnen. Sie sehen, ich gewinne. Winner, Winner, Winner! Winner! 50 Cent plus! Du kannst jetzt cashen und 50 Cent machen. Die Preise, oder? Die Chips sind die Preise. Die Preise sind die Preise. Die Chips sind die Preise. Die Chips sind die Preise. Ja. Katja, Alter, bitte klemm mich auf. Ich weiß, ich kenne nicht mehr. Nein, meine Schwester war ein Appair. Okay. I'm done. I'm done. Katja, ich bedenke mich. Guten Morgen, liebe Leute. Wir werden jetzt Mittagessen gehen. Es ist, glaube ich, halb zwölf. Und heute geplant ist, in die Area 15 zu gehen. Das ist keine Ahnung. Da gibt's Zip-Line, das sind so Illusions. Da gibt's coole Sachen. Da freue ich mich schon drauf. Wir gehen jetzt zur Area 15. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe mir einen anderen Ort angezogen. Ich kaufe euch halt auf. Anja hat den auch auf. Also, wir sind jetzt da. Da ist der Entrance. Und es sieht voll cute aus hier. Action. Oh mein Gott. Alter. Es ist Neo. Es ist Schwarzlicht. Geil. Wow. Also, Anja. Wie war Ihre Experience? Nein, nein, nein. I don't wanna talk about what it was. Leave America to the... Nein. Okay, es war so enttäuschend. Das war richtig eigentlich... Freisig. Nein. Es war cool, dass es wäre, wenn du einig kommst. Aber... Ja, aber das war's auch. Das war's auch. TikTok haben Sie gesagt, das ist gratis. Also, natürlich für Eis und Getränke nicht. Aber die anderen Aktivities und so... Nee, nix ist gratis da. Nix ist gratis da. Nix. Luft ist gratis. Wir sind jetzt in irgendeinem Hotel, weil das... Was soll's da geben, sorry? Was soll's da geben hier? Da soll's... So eine Art Kajaken durchs Wasser. Nee, wie heißt das? Das heißt nicht Gondel durchs Wasser. Gondel ist ja eigentlich oben, oder? Nein, das ist eine Gondel. Das sagt man. Und die Fahrer sind die Gondoliere, oder? Wir fahren mit einem Gondoliere in der Gondel im Wasser entlang. Nicht irgendwo treten. Da ist die Gondel drinnen wach. Man denkt, das ist draußen, ist aber drinnen. Die Anja hat dich jetzt als Einziges aus dem Essen geholt, weil sie Hunger hat. Was hast du dir bestellt? Brown Rice und Chicken. Orange Chicken, ja. Orange Chicken. Okay. Die schmeckt total ronchen. Nichts? Also, wir schauen uns jetzt irgendein Schiff an. Dann gehen wir ins Hotel zurück, zum Pool. Am Limousine. Er hat gewunken. Ja, und am Abend treffen wir uns dann mit... Deutschen. Zwei Deutschen. Mit zwei, die wir gestern kennengelernt haben. Simon. Simon und Sebastian. S.S. Ja, das war's. Schön hier. Und sind wir da beim Schiff. Schaut halt heavy aus hier. Ich werd nass, geil. Schaut sich das an. So, wir gehen jetzt zum Pool und haben uns hier eine Wodka-Pepsi-Mischer gemischt. Krass da mal. Oh, für ihr. Pepsi? Ja, es gab halt nur Pepsi. Sorry. Pepsi scheiße. Einen, an den Schiff. Diff die Schiff an die Pfenn. Wir gehen jetzt essen! Mitter oder was? Ich muss Eis holen. Ich nehme euch jetzt mit. So, schlappen. Gratis Eis ist super. Also, wir waren jetzt essen, wollten eigentlich so dieser Aussichtsplattform gehen, aber das haben wir uns doch gelassen. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, bevor wir uns mit den Freunden treffen. Jetzt hole ich Eis. Lieben wir. Ich liebe Eis. Amazing. Dann kommt die 5. Ein Wolfi! Also Mädels, das war's mit Vegas. Anja, wie war deine Experience in Vegas? Cool. Das war's, cool? Es war heiß, es war cool, es war toll. Ähm... Na gut, meine Mädels. Hallo, meine Lieben. Cut! Ja gut, Mädels, das war's mit dem Vegas-Vlog. Wir sehen uns in Nashville, Baby! Bye-bye! 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 Der Vlog ist doch noch nicht vorbei. Ähm, ist hier im Grenzimmer. Wir haben kein Wasser. Es geht nix. Anja ruft gerade irgendjemand an, um zu sagen, damit wir kein Wasser mehr haben. Die schlafen schon. Nein, es ist Vegas, Baby. Ich hab eine Frühlingsrolle. Kannst du dir die Fräse halt dann abheben? Der rät so, help, someone get me out of here, help, help, stop, stop! Machst du kosten? Nee. Du machst dich nicht gemüse. Kannst du nur schauen, ob das Wasser schon zurückgeht? Kannst du mir die Chips inzwischen geben, bitte? Wir schauen, ob das Wasser schon funktioniert. Nix! Es geht nix. Dusche, Badewanne. Mach. No waste. Okay. Thank you, bye! Wir sind 35 oder weniger. So wir machen die Resort-Fee für heute Nacht. Das Wasser? Wir haben kein Wasser bis 5 Uhr morgen. Wer hat das? Es geht her. Aber warum? Im ganzen Hotel oder was? Ich auch. Ich weiß. Oder vielleicht habe ich uns jetzt mal gesagt, wer mag ja was? Ich muss pipi. Okay. Ich geh trotzdem pipi. Ich geh ins Wamm, das Tier muss Zähneputzen. Stimmt, Zähneputzen. Abspielen. Wir haben kein Wasser bis 5 Uhr in der Früh. Das heißt, noch 3 Stunden. Tschüss.